oh die fan dürfen wir beginnen auch nicht nicht meinen lieben boy wieder hier jetzt ganz nice das hier habe ich letztens mit toni gespielt das war nice die meisten wollen hier was hast du gewählt garage ich habe jetzt mich auch den anderen angeschossen weil die hätten eh gewonnen mit 32 da wäre nichts gewesen loading okay wir sind alle da und der german breakdown legt noch ja klar das reicht in jeans das beste welchen wälte so mal sehen wollen wir gleich beim bbl guck mal bei a rum ok ich ziehe hier hier ist gar nichts in diesem raum ja auch gehen warte ich spring da gleich mal was vor geh mal raus ey der soll raus ist der behindert soll ich den jetzt mal hoch springen unseren eigenen ich hatte jetzt mal c4 drinnen oh mein gott sie kommen oh mein gott falsche wache zu diesem raum wenn die feier begann das klären ok da war keine ich habe das hochgesprengt ich habe es hochgesprengt weil ich dachte falls einer kommt ne bleibt zurück bleibt zurück oh fuck ich lieg auch scheiße fail ey ja ich bin auch sofort getötet ich hätte jetzt echt die schrot nehmen sollen da war ein chill typ auf den habe ich geschossen hat er richtig viel gebracht wie man sieht ja der hätte ich meine c4 jetzt gebraucht dann hätte ich vielleicht ein double kill bekommen zumindest beide verwundet ah scheiße ja schön kill gemacht nichts gerissen ja lass versuchen ich würde wieder meine lmg typi nehmen genau ja wir können irgendwo hochklettern bestimmt blitz twitch und einer sledge futz nämlich futze select den operator select den operator na los kommt schon j tank 83 loading complete ja ich habe auch eine deutsche genommen iq habe ich die tante genommen du die ist nice we need to locate a bomb ok go so ich fahre hoch mit dem und ich fahre mit dem anderen hoch ja oben boah stösende und jetzt wurde ich getötet scheiße hier oben ist alles warte mal pass mal auf hier gibt es doch bestimmt einen hochgang wenn ich mich hier anstelle ne ich komme hier nicht hoch ach doch ich habe auch ok ich bin oben mit dem anderen ach du bist ganz oben sogar warte ich komme auch ganz hoch wo wollen denn rein du ok go ok go los los schwing da rein mein freund warte ich bin noch nicht hinter dir ok ok jo ich bin weg ich bin hinter dir warte 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 ich hau c4 gegen ne warte genau warte 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 ich schmeiß gleich deine blend rein go blend fliegt noch eine blend geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg oh mein gott ich habe eine drohne geworfen ich idiot warte ich stehe mal durch ok der ist down warte ich lach durch hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns was ich bin down scheiße hinter der anderen tür war einer musst aufpassen scheiße sauber 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 was damn wie dumm scheiße den einen haben wir noch gut mit genau und den karten wurde ich halt gekillt durch die tür da kam einer durch die andere tür und dann war alles gegessen bei mir war nice war nice war nice jetzt müssen wir uns was einfaches mal aussuchen am besten auch oben mich wieder eine schotze ja ich brauche die schotze ganz unten in der garage über habe ich genommen sag ich doch man muss immer durch eigentlich oben lang glaube ich immer am besten ich hatte glaube ich noch nie nur team das manche hatte immer mit bombe mit bombe aber weg b ok ja go go ab geht er peter dein bruder ok ja nach diesem match bin ich kurz weg weil eigentlich müsste tobi dann gleich da sein dann würde ich gleich wieder kommen ok ah ist das du bauer ja ich glaube hoch oh da ist die treppe wo ich geh hoch wie meinst du auch oben das loch zu machen da wo ist dir das loch denn hier ach hier so ich bau ok ich bin oh mein gott oh mein gott oh mein gott bau die barrikade auf mein Bruder durch welche ach scheiße warte ach scheiße warte eins hab ich noch eins hab ich noch oh mein gott scheiße alter ich weiß nicht wohin ach ja genau warte genau das kann jeder gleich ok es sind alle im raum ich glaube von hier wo ich jetzt liege da kommt keiner rein da hab ich doch zugemacht oder nicht oder hab ich wo eines zugemacht 2 vs 4 2 vs 4 alter wir sind die letzten überlebende dinge scheiße ok 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 ich guck durch die rechte tür oh mein gott fast migration fast migration dinge das endet nicht gut auch we auch ein Wo sind die? Oh, von wo, Alter? Von wo? Jo. Legens, rechts, oben, unten. Hallo, Luca. Wie belastet? Alter. Ähm, damals. Beta-Anmeldung. Ja, vor mehreren Monaten. Ich weiß gar nicht, wann. Ja, für die Beta. Alter, das war ja mal unnormal. Keine Ahnung. Ja. Naja, okay. B, das ist wiedersehen. Ciao.